Hallo liebe Angelfreunde. Guten Morgen zusammen. Wir sind bei unserer letzten LTC AG für das ersten Halbjahr. Wir gehen danach in die Sommerpause, war die mit angeschlossen, so bis Anfang September. Danach sehen wir uns wieder. Also heute die vorerst letzten Spiele bis zum September hier bei Wild. Wir lassen uns mal krachen und wir sehen uns später. Bis nachher. Erste Runde. ... ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Eine Minute. Eine Minute. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Ende, erste Route. Anton, zeig deinen Spun, welche so gut gefangen Fische. Welche das? Paul 2,5, aber selbst lecker. Ja, selbst lecker, siehst du das. Ein bisschen andere Farbe. Also vier mit dem Paul und einen mit dem Gune. Tol, Glückwunsch. Viktor, wie war? Juri, du bist Terminator. Ja, nee, du bist so warm. Fulme. 1,5 Fulme, zeig bitte. Ja, das ist nicht so warm. Schwerzweiss. 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 Glückwunsch. Schwerzweiss. Ich holz. Schwerzweiss. Ich holz. Schwerzweiss. Schwerzweiss. Vielen Dank.